Deine Worte haben Macht. Deine Worte haben kreative, schöpferische Macht, in deinem Leben Dinge zu verändern und zu bewirken. Was sprichst du über dir und deinem Leben selbst aus? Was sagst du zu deinem Leben? Weißt du, Gott hat die Welt geschaffen durch sein Wort und wir sind sein Ebenbild. Wenn wir etwas aussprechen, vor allem wenn wir es oft aussprechen, wird es Realität werden. Jetzt ist es so, dass sehr viele Menschen leider immer und immer und immer wieder in die Falle des Teufels gehen, dass sie Negatives über ihrem Leben aussprechen. Negatives über sich selbst proklamieren, das ist fast wie eine Selbstverfluchung. Sie legen auf ihr Leben einen Fluch, indem sie Negatives über sich aussprechen, über sich proklamieren. Das sind Dinge wie beispielsweise, aus dieser Sucht komme ich nie raus. Diese finanziellen Probleme bringen mich noch in den Ruin. Diese Ehe bringt mich noch um. Meine finanziellen Schwierigkeiten werden nie aufhören. Ich werde niemals aus meiner Angst rauskommen. Und so weiter und so weiter. Ich habe mal jemanden getroffen, der hatte in einer Bedrängnis, in der er war, gesagt, das bringt mich noch ins Grab. Das ist genau das, was ich meine. Das sind wie Selbstverfluchungen. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir aufhören, diese negativen Dinge über unser Leben auszusprechen. Und weißt du, das Wort Gottes fordert uns auf, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, mein Fels und mein Erlöser. Im Neuen Testament greift Paulus das Thema auf. Und er schreibt uns, alles was war, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Und etwas weiter hinten heißt es, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wenn du sagst, ich kann das nicht, dann wirst du es nicht können. Aber das Wort Gottes sagt, ich vermag alles, durch den, der mich kräftigt. Deshalb ist es wichtig, dass du Dinge des Wortes Gottes über dir aussprichst. Dinge, die die Wahrheiten Gottes, die ewig sind, über dir aussprichst, über dir proklamierst. Und nicht das, was dir in den Kopf kommt oder was der Feind dir gerade so vorplappert. Du musst Dinge, Wahrheiten des Wortes Gottes über deinem Leben aussprechen. Du musst verstehen, dass das in deinem Leben eine echte Veränderung hervorbringt. Das ist etwas, was wirklich dazu führt, dass der Gott des Friedens in deinem Leben immer mehr Raum gewinnen kann. Ich bin absolut sicher, dass viele Menschen nur deshalb in Problemen stecken, weil sie ständig und ständig Probleme über ihrem Leben proklamieren. Wenn das dich betrifft, sage ich dir, hör heute damit auf. Stoppe heute damit, Negatives über deinem Leben auszusprechen. Und dreh den Spieß um und fang an, Segen über dir auszusprechen, die Wahrheiten des Wortes Gottes über dir zu proklamieren. Und du wirst sehen, dein Leben wird sich verändern. Du wirst sehen, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!